Ist das die automatische oder die Single-Shot PP19, was ich da habe? Ich glaube Single-Shot, würde ich sagen. Ich glaube auch, ja. Siehst du ordentlich mit der Maske? Ja, es schickt ultra auf, weil du halt die Augenringe so siehst. Das schickt schon auf Dauer. Ja, ist der Single-Shot, wo bist du? Leidst du da hinten, oder? Ja. Ok, wenn wir hier sind, Zeit haben wir 34 Minuten. Ich glaube, ich fahre mal mit, ich spiele hinterher. Ok, hier wurde, glaube ich, alles schon gelootet. Also hier in dem Haus, hier in dem Stuhl, da liegt manchmal ein Schlüssel. Und der ist relativ wichtig und auch gut, was es wert. Da brauch ich nicht mehr reinblicken. Straße zum Zollgelände und Leuchtturm. Habe ich. Ok. Straße zum Zollgelände, Road to Customs, das ist auf der anderen Seite. Komplett auf der anderen Seite das Standard Exit. Also was du auch als BMC nutzen kannst. Und Leuchtturm, weicher. Leuchtturm. Ja. Ach, guck mal. Da oben, sehe ich die Kugel? Das fällt nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt zumindest ist, aber es rennt oder was. WTF? WTF? Hinter dem großen Stein, hinter dem großen Stein. Zwei Stück. Hinter dem großen Stein. Rechts von mir jetzt, wenn ich auf dem Stein zulauf. Ich glaube zwei Stück. Einer down. Links. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite. Bist du da hin, läufst du? Ich bin links. Schüsse? Ja, der ist hinter dem Stein. Ich muss mich rein, wenn es geht. Alter, wo denn? Was ist denn? Rechts, weiter rechts. Hab ich denn? Nein. Ich flash mal einfach so. Render. Wer liegt denn im Gebiss? Tot. Ich push ihn links rüber. Der schmeißt Granaten. Flank hier links. Flank hier links. Alter, was ist mit dem? Der nimmt den Gebiss, hab der drin. Ja, ja. Ist aber nicht nur einer. Das ist ein Hochverhalten. Ich hab keine Munition. Ich renne zurück. Zum Stein. Also einen hab ich grad übel low geschossen. Im Regelfall. Gucken wir mal, ob der irgendwas dabei hatte. Oha. Wie sieht's bei dir aus? Ich glaub das ist tot. Ne, das ist tot. Wo sind die? Immer nach oben. Schwer auf Granaten. Schwer auf Granaten? Let's mich nicht down, alter. Ich hab gedacht, die wär tot, alter. Da ist ne Leiche drin, da war nochmal einer drin. Wo? In dem Teilchen gebissen. Ja, aber jetzt müsste ich die mit der Granate beide weggenutzt haben. Ich hab eh, zumindest AE2 und so nen Scheiß. Das war ein Bär, was ich getötet hab. Und wir haben auch nicht fliegt gebrauchen. Da drin glaub ich auch. Ja, genau. Da liegt aber auch meine Leiche. Ja, das eine warst du. Ja, aber da waren definitiv zwei drin. Ich habe eine Leiche gesehen und das ist mir sicher gewesen. Kann ich da vielleicht weg der Rand? Das kann eigentlich nicht sein. Ich habe da übel mit Granaten genutzt. Dann war es vielleicht doch nur einer. Ja, ich meinte aber auch noch, dass es irgendwo anders noch einer ist. Wie kann ich das Magazin checken, wie viel da drin ist? Äh, Alt-T. Ja, Mann, du darfst aber da jetzt auch nicht zu lange rummachen. Sonst kommt der nächste und so riecht er mich. Okay, wohin jetzt? Äh, weiter Richtung, in die Richtung, wo wir gelaufen sind. Da vorne kommt jetzt der Strommasch und dahinter rechts ist der Bunker. Der Hügel da vorne ist der Sniper-Hügel. Das müsst ihr alles ja noch kennen. Also du bist jetzt links, äh, quasi komplett... Ich sehe vorne die Mauer wieder. Ja, die läufst lang. Das ist Maprand. Also du kannst dann schon eher dein Blick nach rechts, sag ich mal, orientieren. Während du läufst, falls da halt irgendwo jemand irgendwo rumrennt, meine ich halt. Die Straße mit dem Camp da, das ist das Exit, oder was? Was ist das Camp? Ja, dieses kleine Barrikaden, oder was? Ja, 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 genau. Extracting. Ja, das schnauft aber ganz schön hier. Ja, er würde aber nur teilen. Hier hat ein Bär getötet. Dann hast du die anderen getötet, oder was? Ich habe auch einen Bär getötet. Ah, hier war ein Motor drin. Ja, ich habe auch einen Bär getötet. Ja, ich habe auch einen Bär getötet. Ja, ich habe auch einen Bär getötet. Ja, ich habe auchasse einen Bär. Ja, ich habe auch einen Bär getötet.